Ja, das hört sich schon mal nach. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, aber... Hört sich. Gegen Skarner ist es schon sinnvoll. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ein Skarner die ziehen kann, dann ist die so oder so falsch gestanden. Also... Ja gut, Lux. Varus. Bart. Checks. Hm. Ja, okay, jetzt haben alle gesehen. Ich glaube, wegen Skarner hat die das nicht mitgenommen. Wahrscheinlich eher wegen Varus oder wegen Lux. Jopp. Also, sie hat es einfach verballert. Na, glaube ich nicht. Und sie ist Bronze 5. Man weiß gar nicht, was das bedeutet, das sieht halt geil aus. Okay, aber vom schlechtesten aus ist da positiv überrascht. Und da ist der Varus Bronze 4. Also gleicht es wieder aus. Ja, aber Varus ist schon strong. Da musst du nicht so viel können dafür. Ja, bin wir hin. Und so Urgut ist Bronze 3. Urgut. Was? Der ist im Jungle. Wo? Na dann. Keine Gangs vor Level 6. Geil, einfach Botlane rocken, dann sind zwei Leute rausgenommen. Und laut der schönen Kurve haben wir halt keine Chance. Deine Kurve ist scheiße. So, und jetzt gehen wir ab. Ich sag mal, wenn die Lux hier Q auf einen von uns trifft und dann ihre Kombo rausknallt, plus der Varus ein E und ein Q drauf macht, dann ist wahrscheinlich jeder von uns down. Also, ich will auch Gold. Ja, aber es geht nicht, weil es noch rot ist. Ich hab mal einen Finger auf Flash, weil ich da gleich drücken muss. Kriegen alle Gold, die drinstehen oder nur? Keine Ahnung, steht halt mal mit drin. Ich hab Gold gekriegt. Ich auch. OP, jetzt haben wir 30 Gold mehr im Team. Ich nicht. Ja, und was bringt's, wenn du jetzt noch drin stehst? Keine Ahnung, das probier ich mal aus. Nichts? Nichts. Na ja, erstmal eine halbe Stunde später kommen und dann noch Unterstützung wollen. Wo ist denn der? Ja, am Anfang. Komm mal zu mir, komm mal zu mir, komm mal zu mir, komm zu mir. Ja, nicht so nah. Boah, Botline hart verzockt. Gut, dass wir die 15 extra Gold bekommen haben, Marvin. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Holy Shit. Was? Halbe Leben weg. Dann machen wir dich wieder ein bisschen Leben ab. Fuck, fuck, fuck. Alter. War nicht gut. Ja, was ist beim Red Buff? Ja, jetzt sind wir den Kleinen da. Du wirst nur neben haben. Ja. Ja. Das ist doch behind. Das gibt nichts. Aber ey. Wer ist behind? Wir. Ja, sind doch 30 Gold mehr. Ja. Ja, aber das ist, das nützt nichts in dem Fall. Alter, sind Level 3 fast. Oh, nicht idiot. Nein. Ja, Mann. Juhuhu. Komplette Kontrolle. Ich weiß, dass die im Battle über uns sind. Ja, aber ich wollte nicht hier. Ich hab nur Out-Attacks. Bin ich. Ja, gut. Achtung, hinter uns, hinter uns. Kann ich einen ziehen? Wuuu. Doppelbar. Ich muss weg. Dieses, dieser Flash Hook, ich sag's dir. Aber ganz ehrlich, es war echt geil gespielt von dem. Selten dämlich, ja, ich weiß. Ja, aber es war richtig geil gespielt. Was? Das war selten dämlich. Ja, das auch, aber es... Stand ja praktisch in Grau. Ja, aber trotzdem. Aha. Jeder von uns hat einen Kill und Support. Muss ja der Wahnsinn gespielt. Ach übrigens, der hatte ein Ulti. Ich weiß, der ist schon nicht mal Level 6. Nein, wie kann der mich gezogen haben? Der war jetzt Level 3. Hat er natürlich auf mich gezogen. Der sitzt da drin. Ja, soll er kommen. Ich hab Dual Buff. Ja, ich hab's auf. Spargo. Nein! Tschüss. Ich weiß nicht, ob du eine gute Idee hast, die zu ziehen, um ehrlich zu sein. Ich darf ziehen, wen ich will, ich muss ja nicht reingehen. Ich hab grad... Ah, blöder Urgott. Es hat auch noch einen Jackson Kill gegeben, ey. Da war auch jemand ein bisschen Glück. Ich hab' den Dicken, Alex. Oh, da musst du ihn beeilen. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich komm! Naja, ich hab ihn auch nicht gekriegt. Achtung. Oh Gott. Alter, ernsthaft? Was macht denn der? Der hat aufs Glück gepachtet hier unten, hä? Warte, mal ganz kurz, Alex. Was war? Na, da hat er die Mami noch nicht gekriegt. Der hat einen Kill gegeben, aber was? Ja, einfach so. Der ist halt auf die Lange gegangen und dann hat er mit Level 4 gegen Level 6 Checks getradet und ist reingegangen. Oh. Ja, geil. Oh. Weg, 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 weg. Warum auch immer. Ah, Lux ist runter gekommen. Aber nur so ein bisschen. Ich bin demnächst schnell. Er braucht schon ein bisschen Level 6. Ach so. Was zur Hölle? Der hat sich auf mich geflasht. Wie war ich tot? Glaub nicht, dass du ihn killen könnt, oder? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Shit. Ach, man. Ich sowas hasse. Aha. Und jetzt kommst du, Marvin. Okay, nice. Hm. Ja, gut. Jetzt hat der Checks halt leider 3 Kills. Na, dann musst du ein bisschen Tower kuscheln, woraus ist dein Tower ist noch da. Zum Beispiel. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja. Aber ich meine, er hat sich zumindest entschuldigt. Ja, das interessiert mich herzlich wenig. Ja, aber besser als nichts. Nein, dann soll er einfach die Klappe lieber halten. Ist besser. Dann fiegen es trotzdem nicht, und? Ich sag mal, als Joker ist es schon schwierig, wenn der Checks echt mal ein, zwei Items hat. Oh, meine Botlane, die fehlt irgendwie. Ja, die ist auch gerade gestorben. Ah, das ist ein guter Wort. Pass auf, du bist jetzt zwischen Support und Ding. Achtung, hinter uns kommt Garner, Garner Mitte. Ja, ich muss hier weg, Alex. Ja, ich seh's. Vergiss es. Das war so selten und dämlich. Drei Ulti sind raus. Ja, und? Ich bin tot. Oh, es hat was gewachsen. Mir ist es es. Ihr stört. Wartend auf unsere Dame jetzt. Ja, meine. Ich versuchte hier meine Lastsitz zu holen. Ja, ich versuchte hier meine Lastsitz zu holen. Ich versuchte hier meine Lastsitz zu holen. Ich versuchte hier meine Lastsitz zu holen. Hast du hier voll orientiert? Das verreckt Der Typ einfach Ja, ob von hinten kommt Teleport rein Oh, das ist ja der Checks Ja, hm Hättest mal abhalten müssen Wie denn, ich soll nicht mal auf der Lane Hm Jetzt hat er noch mal 2 Kills Jetzt hat er 2 Kills mehr Könnt ihr euch beim Urgott bedanken Und warum können wir beim Urgott weg haben? Weil er zweimal gefeedet hat Ja und? Er hat uns trotzdem bekommen Ich glaube der hat uns auch ohne Kill Wir hatten echt kaum noch Länen mehr Und der Tau ist auch Der Tau ist weg, definitiv Jetzt kannst du pushen Ich hasse es halt Man müsste echt die Funktion geben Dass du im Jungle sagen kannst Du darfst nicht auf meine Lane kommen Kann ich ihm ja schreiben Ich stelle ein Kank Ja, das war's mit dem Tau Wer will es nur, ich Na, nix Ja, blöder Und 4. Grill Was wolltest du denn gegen 4 Leute? Was wolltest du denn gegen 4 Leute? Ich habe den Push Ja, jetzt habe ich schon gedrückt Oh ja, die drückt, perfekt Jetzt Hey, wen hast du getroffen, Marvin? Ja, ich habe den Jax getroffen Echt? Ja Das war jetzt der Falsche, aber okay Das war definitiv nicht den, den ich treffen wollte Aber egal, dann 2 Stück geholt Oh Lux macht Schaden Also 3 sehen wir Ja, 2 sehen wir nur Der will nur baiten Glaube ich nicht Glaube ich schon Dass die gerade besser sind als wir Ah, Lux ist wieder weg Oh, Lux mit der Jax top Oh Oh, fuck Lux ist glaube ich wieder weg 8 Sekunden habe ich Ulti Ja, Lux ist wieder weg Und tschüss Fuck ich doch, Lux ist wieder weg Hätten wir mal noch nicht geholt Scheiße Jetzt machen sie Track Habe ich immer noch nicht Äh, habe ich natürlich nicht Oh, fuck, bin ich schlecht Ah, Talia läuft eine ganze Wave in Tau Und die macht halt die Wölfe Voll geil Stoff Mhm Jetzt mal 2 oben Dann gucken wir mal beim Track vorbei Ja, oh Gott Ja Ja, Urge Push halt noch mehr Midlane Marvin, Midlane Nein Achtung Oh, die kommen Können wir gleich Toplane geben Jo Nein, 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 nein Oh, ein Jumping Halt 3 sind Mitte Oh, 3 Midlanches Bleiben auch Midlanches Oh, die können nichts machen gegen die Wenn die, wenn die mich einmal treffen, war's das Ja, Lux halt, ne Die Level, 3 Level über mir Hast du Hütti? Ja, hast du gut Ja, aber Oh nein Ja, kann ich nichts machen Lächerlich Geil, der eigentlich stört Kein Shouldnte Oh, die, wenn ich mir Kein Ja, ich habe Dasiff Oh, dasiff Push-Up-Bot Ohne Minion-Dive Der Typ hat echt Pech Der Typ ist scheiße Wir machen das Ganze mal ein bisschen diplomatisch Ich habe es immer noch nicht geschafft Alter ich brauche ein Minion Achtung Marvin Ding kommt runter Checkste es auch weg Und tschüss Ja Oh nice Ich brauche dich Ich muss hier erstmal wohnen Oben hier Pot fehlt Jetzt komm doch Ja Bin auch gerade dabei Das bringt mir jetzt nichts mehr Jetzt da bin ich Ah Tower ist glaube ich gleich down Ich glaube eher dass die hier her kommen oder? Kann gut sein Oh ja da sind die schon Ja Weg 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 Ich hoffe nicht wie langt das Ich beport mich gerade Ja schieb die noch zu mir Geil Ach komm Hast du jetzt erst doch gedacht das reicht oder was? Ja natürlich hätte das gereicht Ja auf jeden Fall Ja da waren noch Noch 200 Stück waren noch übrig Wir wussten wo du sind das ist dir bewusst Äh ich glaube das Spiel ist schon wieder verloren Wenn der Urgard nicht bald langsam aufhört ja 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 aber auf Pier 6 ergibt gar nichts Nur weil der im Urgard einen Kill bekommen hat Mein Jacks hat 2 Kills alleine in den ersten 3 Minuten bekommen von dem Urgard Und ich hatte die Lane hart im Griff Und jetzt fehlt der dann gleich schon wieder Und der pusht mir ne Lane Ja und? Das ist halt dumm Der pusht doch nicht ne Lane gegen den Gegner gegen den ich nicht antreten kann Die Lane ist scheißegal Wir sind schon seit 10 Minuten aus der Laning Phase raus Ja aber solange je länger ich den hier oben binde Und desto weniger kann unten machen Ja das stimmt Ja das stimmt Dann sag mal Hallo Ich glaube ich geh mal auf den Trab Wollt ihr da rein? Ja äh gegen was? Das sind 4 Wir sollten rennen glaube ich Ja das war jetzt selten der ewig Na also haben wir Na also haben wir Flash Ja deswegen rennst du auch Ich und Kevin am Leben Wir haben kein Problem Achtung Wir haben's abgeblockt Das hätte ich auch übrigens vorhin abgehalten Ja Ja Aber du bist mit den Dingern in meine Richtung gelaufen Die tun den nächstbesten an wie es wir Achso Die nächstbesten zwei Glaubst du nicht erst ob das da noch mal jemand näher stand als du? Ne nur du Ja und der zweite? Ja der hätte sich geholt Ja merke ich was Die Lux kommt hier Die Lux macht mit Lane So wenn ihr grad auf der Top End seht Kann ich mal kurz Back gehen kaufen Äh Ok ich bin auch noch da falls ihr rein wollt Ja warum nicht Ok noch ein Flash raus Backs auf Ja ich hab so nur TP Ich geh mal Back und TP mich runter dann Kann ich ja auch laufen denk ich mal Ja die Talia wird eh da sein Wenn die Talia da ist dann bleibe ich mal noch kurz hier Weil die Talia ist ja schon Ja ich hab Ulti also ich könnt ihr da einen holen Ja wir stellen nur grad keinen Oh Jetzt ist Ulti Ah jetzt hat's mich erwischt Ich hab's weitergegeben Achtung Lux Egal der Urgott kommt dahinter Mist Na schade das jetzt hab ich was neils gewinnt Mit Flash shit Ich hab halt keinen Mana Ja das muss jetzt Urgott Die ist da Ne wo ist die hin? Da oben Nein Ich tanke Marvin Ich tanke Marvin Ähm Gut Geht weg geht weg geht weg Marvin Marvin hau einfach alles ab Jaa Hm Ich weiß auch nicht warum der so schnell unterwegs ist Was ist das Was ist das? Du hörst doch gegen den Geh mal wieder auf Top Na da Thomas ist down Na die sind immer noch da Hätte zwar Ulti Ja Du hast einen hoch Ja Jetzt tötet's auch wenn ich schon sterb Ja vielleicht Das ist doch schnell wie ich Ja Jetzt nicht mehr Boom Hey jetzt sind die zwei Viecher grad auf Kevin allein gegangen Hm Vielleicht halt näher der Dabiton stand oder? Ich weiß gehen's auf zwei verschiedene Ja dachte ich auch Habe ich dann vielleicht nen Tick zu weit weg Ja ich kann halt nix machen gegen den Lux Doch kill So Wir haben null Worts auf der Maul fuck ich hab schon wieder den vergessen Achtung mittlerein kommt da Da war halt zweieinhalbk Gold übrig Er dauert halt gar nix mehr hier Eieiei ich bin halt nicht bei euch gell Na so gut Ja Thalia stirbt jetzt Wollen wir nicht mehr weibchen auch noch Spiegel Spiegel Können wir nichts machen eigentlich Ne Wir lassen es weggehen Bevor wir nachher noch sterben T-Deport Toplane Ein T-Deport Toplane Der hat gar nix gebracht da Ich würde eh nicht gefallen Oh man Da rennt wieder jemand Ich guck zu Leute rein Das ist wahrscheinlich Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich muss das Die 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 Warum sterb ich hab den falschen gerüchtet? Lass Kevin, der ist weg. Naja aber Flash haben wir noch ausgeholt. Warum killt mich eigentlich der Supporter andauernd he? Das warg ich nicht auf gerade. 19 plus 10, 29 hat mir mal kurz 34% Damage gedrückt. Tja. Du hast doch keine Lebensverwaltung. Ja. Ah jetzt gleich. Ja jetzt. Ich komm auch auf top wenn wieder ich. Du ein Dreckschampion. Ich würd Botlane wegnehmen. Ich geh mal auf dem Weg auf top. Vorher brauch ich gar nicht auf top, geh ich Mitte oder? Hm. Ja ich geh mal Mitte. Vielleicht kann ich dann da wohnen. Ah ne. Kralle wird es echt. Ja das Spiel geht an sich echt schon ganz klar, aber diese Thalia und diese Dings nerven mich wie die Hölle. Oh Gott. Mach das Ding. Pass auf die 10 liegt dann kurz. Jacks wäre gerade oben. Ja ich pop mich. Sterb halt noch nicht. Oh man. Okay. Tower GG. Ja ich wurde vom Bart Ulti. Jetzt rennt nicht alle. Ja ich geh. Ich bin der einzige der gegen Jacks. Ja. Dann geht halt Thalia. Ja. Ja. Biss mir lieber. Holy shit. Also dem ist überhaupt nicht schlecht Mori. Bleib drin stehen. Nein. Halt die Thalia kann ich mal den Jacks aufhalten. Ganz ehrlich. Ja. Das kann man gut Robert hat halt mehr Form als ich, weil er echt alles klaut, der ganze Jungle ist noch voll Ja geil Sollt man nicht rumspielen Dann machen wir ja aber Er hat sich gerade anders hat Er ist auch er doch Er ist gelockt Der Urgott wird ja gleich wieder oben gecatcht Also YOLO Ja wenn wir jetzt so und dann können wir gleich aufgeben Die haben jetzt eh Baron Buff Da brauchen wir jetzt nicht fighten Ja aber der Urgott läuft ja oben rum Ohne in Wardle oder sowas Der hört nicht auf Pixels hab ich in meiner Lane schon auf genug probiert Wir müssen hochgehen Ja und dann sterben wir halt alle gegen Baron Ich sterben alle Gucken vielleicht können wir noch retten Ja ganz vergessen Also ganz ehrlich ich wäre echt stark dafür dieses Gamer zu surrender Der troll da einfach mit harter Absicht wahrscheinlich Bei auf top Bei top Bei top Und tschüss Salia Na ja Soll ich jetzt da oben allein gegen die 3 oder Soll ich jetzt da oben allein gegen die 3 oder Ja Ja Na ja Top mussten wir grad schon halten Halte ich doch nur den Schaden Das machen die Talia schon wieder Ja Ja Meint ihr wir kriegen den zu dritt Er ist eh vorbei Die Trollen mittlerweile Ist euch schon bewusst Ja Trollen schon seit Minute 1 Sascha Aus Wir sehen uns Ja Wir sehen uns Hallo Jetzt rennst du einfach so rein Ich bin schnell draußen Und unten wird das Tau gemacht Immer weg Danke Talia, oooohh mann, die blockiert alles den Weg. Alle Checks bei euch. Gucken, ich komm mal gleich von hinten. Hm, denkt sonst nix. Nein, nicht weit genug, wir kommen. Jetzt Marvin solltest kommen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ah, der geht. Ah, schade. Ok. Oh shit. Seid ihr alle? Ich bin. Und tschüss. Da wo der Urkott ist. Da wo du bist. Wir werden so irgendwann grad fighten? Oh ne, wir sind nur zu dritt irgendwie. Doch, die fighten tatsächlich. Oh shit. Und wie viel sind wir? Alle, ne? Ja, die kann. Sorge, hat kein Leben. Alles klar, ganz ehrlich. Wir hatten die so gefeedet. 13-2. Das ist jetzt mal ganz im Arm. Ich hab's halt schon wieder. Ich hab' die eigentlich mit. Alle 20 Sekunden, wenn die trifft. Also wenn die einen killt. Das war nicht gut. Ne, das war ein scheiß Fight. Nein, guck mal. Ich hab' ihn direkt raus holen, wie ich das machen konnte.